Also, ein normaler Heli wäre kaputt gewesen jetzt, ja. Es ist einfach viel zu windig heute zum Anfängerfliegen. Also, wie gesagt, es ist ein bisschen zu windig heute, um diese ersten Schritte zu machen. Wir haben hier Windstärke 2 bis 3, wie ich gerade hier feststelle. Aber ihr seht, das Ding hält einiges aus. Und wir gehen jetzt da vorne noch mal hin in den Windschatten.